Und wenn du dir den Chart von Render ansiehst, vor allem hier in diesem Bereich, was sagt dir das? Es sagt dir, dass Render eines der am besten performenden Cryptoassets in 2023 war. In einer Zeit, in der die meisten Charts eher so ausgesehen haben. Da war wirklich nichts dabei und eher die ganze Zeit ein bisschen langweilig. Schauen wir uns Render also erneut an, ich habe ja schon einige Videos darüber gemacht und ob wir vor allem in Bezug auf 2024 ein neues Alltime High erreichen können. Es wird auf jeden Fall spannend, vergiss an der Stelle nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Im Hintergrund lasse ich jetzt einfach mal ein Video von DigiDigga laufen. Der hat nämlich gezeigt, wie Games ihre Szenen rendern. Ich fand es ganz interessant und du kannst es dir ansehen, während ich dich hier balabere. Denn du kannst dir ja vorstellen, mit kontinuierlichen technologischen Verbesserungen und auch einer größeren Rechenleistung erwartest du als Consumer auch eine bessere Grafik in verschiedenen Medien, besonders natürlich im Gaming-Bereich. Dazu kommt, dass das Grafikrendering mit dem Aufkommen des Metaversums und ebenso auch VR und AR sowie verbesserte Bildwiederholungsraten und auch eine bessere Internetgeschwindigkeit wird Grafikrendering immer wichtiger, da wir in einer immer digitaleren Welt leben. Und das kannst du natürlich zum Guten oder zum Schlechten sehen. Das Rendern komplexer Bilder bringt natürlich Kosten- und Energiebeschränkungen mit sich, was hier zu einem wachsenden Bedarf an Cloud-basiertem Rendering als Alternative zu lokalen Renderfarmen führt. Diese Cloud-basierten Dienste können trotz des Komforts des Fernzugriffs auf die benötigte Rechenleistung sehr teuer sein. Und hier kommt Render Network ins Spiel. Mit seiner Vision, den Zugang zur Rechenleistung durch Blockchain-Technologie zu demokratisieren. Du musst dir einfach mal vorstellen, es gibt einen Wettbewerb um Ressourcen innerhalb der zentralisierten GPU-Cloud. Von GPU-Rendering und auch Cloud-Streaming bis hin zu AI-Training, was halt einfach zur Zeit ein ziemliches Thema ist. Was dann letztendlich zu Verfügbarkeitsengpässen und prohibitiv auch hohen Preisen für viele Künstler führt. Aber was ist denn jetzt genau Rendering und welche Rolle spielt denn überhaupt unser Token dabei? Rendering, dazu hat Can Academy ein ganz gutes Video gemacht. Das lasse ich jetzt auch einfach mal im Hintergrund laufen. Rendering ist ja so der wichtigste Schritt bei der Bild- und Videobearbeitung. Wenn du damit mal was zu tun hattest, dann heißt du das auf jeden Fall. Es werden dann nämlich alle Beleuchtungen, Farben, Schattierungen und Positionen der Figuren in einem Frame genommen und miteinander verknüpft. Um diese beeindruckenden Bilder und Videos zu erstellen, die wir halt ebenso kennen und lieben gelernt haben. Die wir dann auch in Videospielen und Filmen sehen. Wobei Pixar-Filme ein hervorragendes Beispiel dafür sind. Bei der Erstellung dieser ganzen spektakulären, gerenderten Bilder sind einfach hunderte von Schichten beteiligt, was eine enorme Rechenleistung, ganz zu schweigen von der ganzen Zeit und auch dem Fachwissen, erfordert, um eben den gesamten Prozess durchzuführen. Und hier kann Render und eben der Token helfen, den Zugang zu Rechenleistungen zu erhöhen und die Kosten dabei zu senken. Render baut nämlich ein System, das es Einzelpersonen ermöglicht, überschüssige GPU-Leistungen für das Protokoll anzubieten. Das andere dann dementsprechend kaufen können, das heißt so eine Art GPU-Leistungs-Crowdsource. Und das Netzwerk, das verwendet auch ein Governance-System namens Proof of Render. Und wenn du mein Video über Filecoin gesehen hast, dann könnte all das, was ich dir bisher erzählt habe, recht vertraut vorkommen. Denn Filecoin ist ein Projekt, das an einem ähnlichen System arbeitet, das jedoch darauf abzielt, den verfügbaren HDD- und SDD-Speicherplatz auf deinem Computer zu nutzen, anstatt GPU-Leistung zu delegieren. Und das sind ausgezeichnete Konzepte, wie ich finde, um ansonsten ungenutzten Platz zu nutzen und diejenigen zu belohnen, die am Projekt teilnehmen. In diesem Zusammenhang ist einer der Berater von Render, nämlich der David Forig, der CEO und Mitgründer von SIA, einem Konkurrenten von Filecoin. Es wird interessant zu sehen sein, meiner Meinung nach, welche Kooperationen zwischen den beiden entstehen könnten, wie sich das auch auf den SIA Coin auswirkt und ob diese Kryptowährung ihren Höchststand, den du hier im Januar 2018 sehen kannst, wieder erreichen kann. Ich bin zwar nicht allzu optimistisch, aber schauen wir einfach mal, was mit SIA Coin und Render passiert. Render ist einfach das führende Crypto-Asset, das sich hauptsächlich auf gemeinsam genutzte Rechenleistungen zum Rendern konzentriert, um wie vorhin schon erwähnt, 3D-Bilder eben in hochdetailierte 2D-Bilder für die Anzeige auf einem Bildschirm umzuwandeln. Unser Boy, den kannst du ja hier sehen, der hat eine ganz gute Bubble aufgebaut. Er befindet sich derzeit auf Platz 49. Und zum Vergleich, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, zu anderen Assets in den Top 100, die im Vergleich zu Render eher gesunken sind und ein neues All-Time-Low erreichten, natürlich nicht alle, aber Render hat sich diesen ganzen Trend widersetzt und das hat die ganzen Menschen natürlich im Markt noch optimistischer hinsichtlich dieses Tokens und auch des Netzwerks gemacht. Wie ich ja bereits erwähnte, hat Render in 2023 mehr Crypto-Assets übertroffen und auch einen Return-on-Investment über 300% im Jahresverlauf erzielt. Das ist auf jeden Fall mehr als das, was so bei Konkurrenzprojekten wie jetzt zum Beispiel Anker, über das ich auch schon ein Video gemacht hatte, oder eben auch Golem der Fall war. Diese ganze Preisehöhung seit Beginn des Jahres 2023 und auch ebenso das starke Wachstum des 24-Stunden-Handels-Volumens machen mir persönlich auf jeden Fall Hoffnung für das Jahr 2024, dass wir eventuell ein neues All-Time-High bei Render sehen könnten. Damit du den Optimismus besser nachvollziehen kannst, schauen wir uns doch einfach mal ein paar der neuesten Nachrichten und auch Partnerschaften an. Aber vorerst, welches Unternehmen steckt überhaupt denn dahinter? Denn dieses Projekt ist das geistergekind von Jules Urbach, dem CEO, Mitgründer und auch Vorsitzenden von Otoi. Das ist ein Cloud-Grafik-Unternehmen mit dem Sitz in Los Angeles in Kalifornien, das in 2008 gegründet wurde. Das Render-Netzwerk ist tatsächlich eines von vielen Produkten, die von Otoi angeboten werden. Einer seiner bekanntesten Tools ist Octane Render, das du hier gerade sehen kannst. Das ist das Unternehmen als die weltweit erste und auch schnellste GPU-Render-Engine bezeichnet. Das und die Ethereum-Blockchain sind es, die Render-Antreiben. Letztes Jahr hat sich tatsächlich Otoi mit Apple zusammengeschlossen, um diesen Dienst über die Octane-X-App auf Mac-Computern und auch iPads zu starten. In den letzten Monaten gab es noch ein weiteres großes Gesprächsthema für das Projekt, nämlich den Vorschlag, Render von seinem aktuellen Token-Vertrag auf Ethereum auf die Blockchain von Solana zu verlegen. Und das hängt mit der Community-Abstimmung für ein Burn- und Mint-Gleichgewicht zusammen und bezieht sich auf die Erweiterung des Render-Netzwerks auf andere Netzwerke. Und Solana scheint hier die wahrscheinlichste Option für die Netzwerkerweiterung zu sein und Render weist auch darauf hin, dass Rust, das ist eine Programmiersprache, die für die Blockchain verwendet wird, besser geeignet ist als Solidity, das halt eben für Ethereum verwendet wird. Rust kann dem Render-Netzwerk eine größere Geschwindigkeit und Flexibilität als Solidity bieten und letztendlich die Verwendung desselben Codes für GPU-Renderarbeiten und auch Smart Contracts ermöglichen. Vor 12 oder 18 Monaten wäre ich auf jeden Fall zögerlich gewesen, DApps auf Solana zu betreiben. Aufgrund natürlich der ganzen Netzwerkausfälle in 2021 und 2022, aber ich muss sagen, zu ihrem Verdienst haben sie in letzter Zeit ihre Verfügbarkeit erheblich verbessern können und haben sogar Schritte unternommen, um das Netzwerk weiter zu dezentralisieren. Aber, Butter bei die Fische, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. 2021 kündigte Oteu auch an, dass Mike Winkelmann, bei dir vielleicht auch eher bekannt als Beeple, den Beiträgen von Oteu und Render beitreten wird, um ihre zukünftigen Strategien und Ansätze für digitale Kunst und Technologie zu beeinflussen. Wenn du jetzt mit Beeple gar nichts am Hut hattest, vielleicht fällt der Groschen ja bei diesem Bild. Er hat nämlich in 2021, da wo die ganze NFT-Geschichte wirklich im Hype war, viel Aufmerksamkeit mit seinem Projekt gehabt, nämlich er hat eine Collage aus kleinen Kunstwerken, die über 5000 Tage gebraucht haben zu entstehen, für unglaubliche 69,3 Millionen Dollar bei einer Christie's Auktion verkauft. Das ist schon wirklich heftig, wenn du mal umrechnest, 5000 Tage sind 13,5 Jahre, das nenne ich auf jeden Fall mal Durchhaltevermögen, aber für 69 Millionen hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und nicht zuletzt ein Hinweis für alle Metaverse-Enthusiasten, in einem Artikel von 2018 kündigte Oteu an, dass es mit Decentraland, einer Blockchain-basierten dezentralen Gaming- und Metaverse-Plattform, zusammenarbeitet. Darüber habe ich auch schon einige Videos gemacht, kannst du gerne mal reinschauen. Und das ermöglicht uns Benutzern, uns mit dem GPU-Netzwerk von Render zu verbinden, um Assets auf Decentraland zu erstellen. Was besonders natürlich nützlich für komplexe GPU-Render-Aufgaben ist, die zusätzliche Rechenleistung erfordert. Über Render ist es einfach, ein fertiges Produkt mit anderen in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu teilen. Steht uns bei Render also ein neues All-Time-High bevor? Der Token, wie du jetzt sehen kannst, steht derzeit bei 2,59 Dollar und hat er sein All-Time-High bei 8,67 Dollar. Er ist also noch ein bisschen davon entfernt, aber nicht allzu weit. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei 967, mit einer umlaufenden Menge von 372 Millionen, von insgesamt 531 Millionen als Gesamtversorgung. Obwohl die bisherige Performance natürlich keine zukünftigen Ergebnisse garantiert, sehe ich persönlich ein massives Potenzial bei diesem Top. Insbesondere mit dem erwarteten Wachstum von GPU-Sharing und Bilder-Rendering in den kommenden Jahren. Das gilt besonders angesichts der fortschrittlichen Bild- und Videoproduktion in Metaverse, Augmented Reality, Gaming, VR und den ganzen anderen Branchen. Wenn ich mal so ins blaue Rad müsste, erwarte ich, dass Render sein All-Time-High in den nächsten 12 bis 15 Monaten übertrifft. Ich denke, dass er von dem ETF-Hype in letzter Zeit, aber auch natürlich von der Bitcoin-Block-Reward-Halbierung in 2024 definitiv profitieren wird. Bevor ich zu einem Fazit komme, möchte ich dich noch auf meinen Wochenbericht hinweisen. Es ist gerade nämlich der ideale Moment, sich auf den kommenden Bullenmarkt vorzubereiten. Möchtest du also erfahren, welche Projekte ich persönlich für ein 100-faches Wachstum ins Auge gefasst habe, dann besuche gerne meine Patreon-Seite. Dort findest du einen detaillierten Bericht zu meinen ganzen Einschätzungen und noch vieles, vieles mehr. Mit jahrelanger Erfahrung in diesem Sektor kenne ich einfach die Erfolgsstrategien und möchte sie mit dir teilen. Mein Wochenbericht bietet dir die Chance, von meinen Analysen zu lernen und dein Kapital zu steigern. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Schau gerne mal rein, es lohnt sich definitiv. Dezentralisierte GPU-Leistung wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Insbesondere mit dem wachsenden Bedarf an dieser Rechenleistung für AI-Startups. Gerade wegen der ganzen Chip-Knappheit in jüngster Zeit. Und auch der besseren Grafik im Laufe der Zeit aufgrund natürlich technologischer Verbesserung. Sprich hier Morrisches Gesetz und GPU-Leistung. Ein verteiltes GPU-Netzwerk wird letztendlich eine entscheidende Rolle dabei spielen, diesen rasch wachsenden Bedarf an Grafikleistung zu decken. Egal ob Render oder ein anderes Protokoll, hier der dominante Player wird. In diesem Zusammenhang ist der Wettbewerb hart. Während der Render-Token einer der dominierenden Spieler, sag ich mal, im dezentralisierten GPU-Render-Bereich ist, müssen wir aber immer wachsam in Bezug auf den Wettbewerb sein. Und auch wie Render und auch etablierte, zentralisierte Cloud-Rendering-Dienste sich entsprechend anpassen. Über den Siacoin als Mitbewerber habe ich ja schon gesprochen. Dann gibt es noch das Golem-Netzwerk, das auch schon seit 2015 in diesem Bereich aktiv ist. Wenn auch nicht mehr so prominent wie früher. Und dann gibt es auch noch Anchor, das eine Partnerschaft mit Microsoft hat. Auch auf jeden Fall ein Asset, das du beobachten solltest. Es könnten aber auch etablierte Unternehmen in diesem Bereich, also sowas wie Amazon Web Service und so weiter, ihre eigenen dezentralisierten Projekte starten. Selbst wenn sie nur halb so dezentralisiert sind. Oder sogar mit einem Render-Konkurrenten kooperieren. Ich erwarte eine zukünftige Situation, in der es sowohl für zentralisierte, als auch für dezentralisierte Systeme genügend Nachfrage gibt. Und warum? Es wird immer noch einen Teil der Gesellschaft geben, der zögern wird, eines dieser neuen Protokolle wie im Render zu unterstützen. Teilweise wegen eben negativen Vorstellungen oder Missverständnissen über die Blockchain-Technologie. Ein gängiges Beispiel, wie ich finde, sind Menschen, die sich entscheiden, große Geldmengen bei einer Bank zu halten. Wegen eben des wahrgenommenen Vertrauens und auch des Markenimages, das diese Finanzinstitutionen über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte aufgebaut haben. Auch wenn profitablere und neuere Alternativen vorhanden sind. Zum Beispiel BTC, bestimmte Aktien etc. Das wird sich aber alles ändern, wie ich finde, sobald der Render-Token oder eben ein ähnlicher Anbieter Mainstream wird und genug Menschen ihm vertrauen, dass er eben eine überlegene Alternative ist. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Wie siehst du denn die aktuelle Lage und wo siehst du denn den Render-Token-Preis in 2024? Schreib das gerne mal in die Kommentare, das würde mich definitiv interessieren. Ansonsten ist das ganze Video natürlich keine Anlageberatung. Bitte mach immer deine eigenen Recherchen, bevor du in irgendein Projekt investierst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schau auch gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort bekommst du wirklich sehr wertvolle Informationen und auch tiefe Analysen, die sich für dich auf jeden Fall lohnen können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!